Wenn du ein klares Ziel hast, fällt es dir auch leichter, da entsprechend dran zu bleiben. Und immer wieder neue Ziele versuchen zu erreichen. Da fehlt es häufig einfach an dem nötigen Durchhaltevermögen. Hallo und schön, dass du bei dieser Episode wieder mit dabei bist. Dranbleiben statt durchstarten. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen paradox an, oder? Aber es gibt einen absoluten Unterschied zwischen einer Hauruck-Aktion und schnell mal was verändern und mal schnell was versuchen, statt kontinuierlicher Arbeit, die immer wieder aufs selbe Ziel einzahlt. Und welche Punkte du dabei berücksichtigen solltest und warum ein Schnellschuss niemals wirklich so von Erfolg gekrönt ist, das verrate ich dir jetzt. Also, lass uns loslegen. Der erste Punkt, der dir einfach absolut klar sein muss, ist, jedes Mal, wenn du mit einer Unternehmung etwas startest, dann bist du letzten Endes ein Abenteurer. Stell dir das so ein bisschen vor. Hey, ich siedle über nach Amerika, schöne neue Welt, der wilde Westen. Ja, es ist alles einfach in Aufbruchsstimmung. Und jetzt muss ich gucken, wie schaffe ich es mir entsprechend, mein Land zu sichern? Wie schaffe ich es entsprechend, Gold zu schürfen? All diese Punkte erwarten dich da draußen in der Prärie. Und nun ist auch die Frage, was ist dein konkretes Ziel? Willst du eine Büffelherde haben? Willst du entsprechend, ja, eine ganze Stadt aufbauen? Was ist dein konkretes Ziel? Je konkreter und einfacher dein Ziel formuliert ist, desto leichter fällt es dir, das als Nordstern auch zu ankern. Kleiner Tipp, reikhane.de slash 500 Podcast-Folge mit dem perfekten Unternehmertag. Das ist das Grundwerkzeug, mit dem wir immer wieder starten. Mein erstes Buch, dein perfekter Unternehmertag, hat genau das inne. Eine klare Zielsetzung, klare Werkzeuge, die es dir leicht machen, dort auch entsprechend sehr, sehr fokussiert auf deine Themen einzugehen. Und wenn du ein klares Ziel hast, fällt es dir auch leichter, da entsprechend dran zu bleiben. Und immer wieder neue Ziele versuchen zu erreichen. Da fehlt es häufig einfach an dem nötigen Durchhaltevermögen, um das auch entsprechend dauerhaft umzusetzen. Ein weiterer Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, das kontinuierliche Lernen. Und auch dort wird wieder unterschätzt, wie lange es dauert wirklich, meisterhaft in einer Sache zu werden. Nehmen wir einfache Beispiele, wie Sport oder Musik zum Beispiel. Niemand, der anfängt mit einer neuen Disziplin im Sport, weiß, dass man sofort Profi ist. Ja, wenn du anfängst, irgendwie neues Instrument zu spielen, braucht es sehr, sehr viel Übung. Du kannst es auf alle Bereiche adaptieren. Warum denken wir so häufig, dass Unternehmertum dort eine Ausnahme ist? Ist es nicht. Ja, du brauchst einfach eine gewisse Zeit, um einen gewissen Reifegrad zu haben, ein gewisses Level zu erreichen. Und dann brauchst du nochmal viel, viel länger, um dort wirklich auch meisterhaft drin zu werden. Und deswegen ist deine kontinuierliche Weiterbildung auch so enorm entscheidend, weil du immer tiefer in diesen Fuchsbau vordringst und dafür sorgst, dass du einfach mehr Expertise bekommst. Auch dort wieder, wenn du das nicht in einen Kanal reingibst, sondern in sehr, sehr viele verschiedene Kanäle, wird es umso schwieriger sein. Deswegen, ich kenne keinen Unternehmer, der nicht irgendwie verschiedene Sachen zum Anfang probiert hat, bis die eine Sache da war, die funktioniert hat. Und die Sache, die funktioniert hat, die wurde dann einfach immer besser gemacht. Und je tiefer du dort reingehst, desto leichter wirst du auch den großen Erfolg vor dir haben. Ein anderer wesentlicher Punkt ist das ganze Thema Zeitmanagement. Du musst dir einfach nur mal die Frage stellen, was hat wirklich Priorität in deinem Leben? Weißt nach unserem Modell, der viele Lebensbereiche, Beruf, Gesundheit, Beziehung, Inspiration, also Themenbereich Hobbys, was machst du nur für dich? Es ist sehr, sehr simpel, immer wieder zu überprüfen, was will ich eigentlich in den einzelnen Themenbereichen erledigt haben und was sind meine Wünsche und Ziele. Aber auch entsprechend sein Zeitkontingent dafür aufzuteilen, ist enorm wichtig. Es soll heißen, wenn du tausend Sachen verschieden probierst, dann darfst du auch nicht die Erwartungshaltung haben, dass du überall dramatisch viel Fortschritt hast, statt die Sachen zu kanalisieren. Und wenn du mal überlegst, naja, du hast irgendwie vier Aufgaben. So, die erste Aufgabe ist, dass du erstmal wirklich auch gesund bist. Ja, du musst gesund sein. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Gesundheit steht vor allen anderen Lebensbereichen. Dann geht es um deine Beziehung zu deinem Partner, zu dir selbst, zu deinen Kids. Dann geht es um deinen Beruf und dann geht es um deine Inspiration. In dieser Reihenfolge musst du dich quasi einfach nur um deine Themen kümmern. Und im Grunde ist es ja gar nicht so schwierig. Wenn du jeden Tag einfach die einen Zeitblock nimmst für einen dieser Bereiche, dann wirst du das auch sehr, sehr gut lösen können. Das heißt, dein Zeitmanagement entscheidet darüber, wie erfolgreich du in den einzelnen Lebensbereichen bist. Je dichter du in diesen Themen dran bleibst, desto eher wirst du dort auch deine Erfolge entsprechend sehen. Nächster Part ist natürlich auch das ganze Thema Netzwerk. Es gibt garantiert Menschen, die ähnlich ticken wie du. Mentoren, Gleichgesinnte. Es gibt Leute, die sagen, hey, ich habe auch Bock in meinem Bereich, mich dort weiterzuentwickeln. Tu dich mit diesen Personen zusammen. Auch dort vergleichst du, wie es in der Uhrzeit war. Jemand, der alleine jagen geht, ist sehr, sehr, sehr krass abhängig davon, ob er was erwischt oder nicht. Und vor allem wird es auch dramatisch schwieriger haben, statt es in der Gruppe zu machen. Jetzt kommt natürlich immer wieder dieses, naja, aber in der Gruppe, da muss ich auch alles aufteilen. Aber Hand aufs Herz. Erstens wird es dir leichter fallen, etwas zu fangen. Und zweitens ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen reproduzierbaren Prozess aufbaust, viel, viel größer. Und irgendwann soll das dein Ziel sein, dass Leute für dich jagen gehen. Und so kannst du es auch ein bisschen vergleichen mit deinem Netzwerk. Schau einfach, welche Leute bringen dich voran, wo kriegst du Unterstützung, wer gibt dir entsprechende Möglichkeiten und Optionen. Und dann kannst du dort auch tiefer reingehen und dafür sorgen, dass du dich etablierst, in deinem Bereich dran bleibst und dadurch einfach größere Erfolge einfährst. Und der letzte Punkt, den ich extrem wichtig finde, ist einfach die Beharrlichkeit. Du musst dir klar darüber sein, dass alles, was du tust, von Rückschlägen geprägt ist. Schau dir bitte nur eine einzige Person an, die irgendwie im Rampenlicht steht, ob es jetzt ein Musiker ist, ob es irgendwie ein Sportler ist. Es ist vollkommen egal, welche Person. Schau dir einmal die Dokumentation an, wie das Leben gelaufen ist. Dann wirst du sehen, das ist sowas von überhaupt nicht geradlinig. Im Gegenteil. Viele Hürden wurden überwunden, um überhaupt dahin zu kommen. Und die allermeisten wären dort hängen geblieben, hätten gesagt, ich mache das nicht. Ich ziehe das nicht weiter durch. Hätten sich dieser Gefahr nicht gestellt. Aber diese Personen hatten irgendwas in sich, was sie getrieben hat, um das nicht hinzunehmen, um zu sagen, hey, ich mache da weiter. Und diese Beharrlichkeit, die brauchst du einfach. Du brauchst das dicke Fell als Unternehmer, denn es werden Sachen kommen. Das Finanzamt wird dich nerven, die Banken werden dich nerven, die Sozialversicherungsträger, deine Kunden, deine Mitarbeiter. Es werden immer Leute an dir zerren. Das gehört dazu. It's part of the game. Aber das Schöne ist, dafür bekommst du auch eine unglaubliche Freiheit und die Chance, etwas wirklich Beständiges selbst aufzubauen, mit deinen eigenen Händen, mit deinen eigenen Gedanken, mit deinen eigenen Ideen. Und das einzutauschen, für immer mal wieder Ärger, finde ich persönlich absolut fein. Deswegen, nimm dir mal diese fünf Punkte mit und dann kann ich dir versprechen, wird es dir deutlich leichter fallen, dran zu bleiben, statt immer wieder neue Dinge zu probieren. Und wenn du jetzt sagst, alles klar, sehe ich und ich will jetzt vor allem auch wirklich dieses Dranbleiben forcieren, dann lass uns einfach sprechen. Geh auf reikhane.de slash austausch, lass uns schauen, wo du momentan stehst, was deine konkrete Zielsetzung ist, was dir vielleicht momentan auch noch schwer macht, diese Ziele zu erreichen. reikhane.de slash austausch. Wir hören uns bald. Wir hören uns bald. Wir hören uns bald. Vielen Dank.